die kommen mir gar nicht nach so schnell wie ich bin doch ein bisschen weiter das heißt aber auch man muss immer na ja vielleicht je nach story dass man dann alles auch zu fuß oder per pferd erreichen muss glaube ich je nachdem ob das spiel entscheidet dass es einen da vielleicht irgendwo hin wie ihm alles ist verbrannt ich sehen irgendwo leichen vielleicht die einheimischen selbst würden sie ihr dorf niederbrennen ja damit wir nicht plündern können oder und abhauen vielleicht in die wälder in der nähe und sie beobachten uns jetzt aber warum sollten sie es selbst in brand setzen ja damit wir halt nichts schaut im besten mehr rauch damit wir nichts plündern können lieber alles verbrennen als dem feind in die hand hände fallen lassen so so nach dem motto also ich glaube dass die verbrannten häuser irgendein grafikfehler haben dieses dieses lang gezogenen streifen hatte ich schon lang nicht mehr das hatte ich bei meiner alten grafikkarte oft da gab es öfter mal so fehler zum beispiel mit scher konnte ich teilweise in manchen häusern nicht erkennen wo war es war weil dann so richtig schön überall kreuz und quer in einem bösen wust irgendwelche striche waren gutes stück weg hätten wir jetzt im dorf aber nur ich kann ja nicht absteigen was sagen hätten wir jetzt im dorf noch ein bisschen was erkunden können wer rennt denn da weg schnappt sie jage unbekannte gestalten wir haben nur eine minute zeit ja ich weiß ja gar nicht wo die hin sind hat ja auch der rote punkt ne ah ja renn halt gegen den baum lauf pferdchen ich glaube das verkacken war ich meine wir haben ja hier einen schönen pfeil aber da geht es nicht weiter runter von den pferden oh ja zeit lauf jetzt haben wir noch eine halbe minute oder es ist absicht dass wir die nicht erwischen wenigstens langt meine puste ne weil es geht halt glaube ich auch bergauf kann es sein langsam hat er von uns das könnte eine falle sein ja aber aber ich soll doch mich beeilen bevor eine minute um ist ja oh gott das war tatsächlich eine falle oh nein und jetzt tatsächlich eine falle aber wenn die zeit jetzt vergangen wäre was wäre dann passiert ich bin hier schütze uns was für eine hexerei war das es ist geschlossen lassen uns versuchen einen anderen weg zu finden nein geht zu pukala sagt ihm das was passiert ist und bringt die anderen mit das muss ich wahrscheinlich hier irgendwie anders raus kommen oder gut selber vorsichtig hin alle zurück los schnell jage unbekannte gestalten tja was nun ich kann meine nasenspitze nicht sehen habe ich ich habe doch noch fünf fackeln finde einen weg aus der höhle hinterher aus wohin die unbekannten männer gegangen sind jetzt ist spannend neue eintrag im tagebuch kurz vor röverstock erhielt ich den auftrag genau das hatten wir schon nachdem wir hennersdorf verbrannt hatten bemerkten wir rauch im westen dobbeslav buchala hat mich und die jungs geschickt um das zu untersuchen vielleicht versuchen die leute von bischof konrad uns in den rücken zu fallen in petersdorf trafen wir auf seltsame männer sie haben gerade das ganze dorf in brand gesteckt wir haben sie verfolgt ich hatte sie fast als sie in eine höhle liefen ich renne ihnen hinterher und was ist was ist nicht passiert irgendeine art von hexerei oder so der eingang schlug hinter mir zu und ich saß in der falle es wird spannend ja wir gucken mal hier fackel rüste aus das ist besser es ist feucht hier drin und ich kann feulen es in der luft riechen ich habe ja noch meinen streitkolben okay wir haben natürlich jetzt den radar wenn wir jetzt die map aufmachen aber natürlich nur die überland map ok hier tropft diese drei huren söhne müssen hier irgendwo sein und sie werden bestimmt aus dem schatten auf mich springen ich gucke gerade ein bisschen auf dem radar ob da der linke weg das geht einfach nur im kreis rum wenn ich das jetzt richtig sehe also egal welche richtung wir genommen hätten wir wären dann wieder hier raus gekommen das ist seine einzige sorge dass seine schuhe nass werden ich bin mal gespannt wie lange die fackel an ist dann bleibt also mit den pilzen da kann ich nichts machen untersuche herumliegende knochen sie sehen menschlich aus ich muss aufpassen dass ich meinen meine nicht dazu gebe da sind auch irgendwelche käfer und so zeug also müssen uns ein bisschen besser umgucken vielleicht finden wir sogar noch was irgendwas anders oder eignetes gerade in diesen ecken also hier sind wir reingekommen und das war jetzt die abzweigung die wir vorhin genommen haben einmal links einmal rechts aber hier guck mal da sieht es auch hohl aus hier im berg ist ein geheimgang da will ich rein das ist die frage ich glaube eher nicht die pilze nee kann ich nicht das wäre ja auch spannend wenn man mit den pilzen dann vielleicht auch noch irgendwelche potions machen könnte okay wir müssen wir müssen hier entlang in diese richtung dadurch habe ich mich erschreckt das hätte ich aber auch die ledermäuse es wird hell allein das sind glühwürmchen oder oder ein hinweis wo wir hin sollen was sind das so seltsame lichter nicht zu ihnen gehen und guckt mal auf dem radar ist nichts mehr zu sehen wir wissen jetzt nicht mehr wo wir sind damit auch keinen hinweis wie die höhle aussieht man müsste sich also eigentlich eine karte zeichnen oder man sommer soll tatsächlich diesen lichtern hier vielleicht folgen wie fies und wie gut das spiel gefällt mir jetzt plötzlich viel besser dass mit der schlacht war er so hoffentlich dauert es nicht allzu lang aber jetzt das ist schon richtig cool aber ich würde gerne auch den anderen gang ich schätze mal wo bringt ihr mich hin lichter ich schätze mal weiß ich nicht ob also dass die lichter tatsächlich markieren wo wir eigentlich hin sollten aber wir wollen natürlich auch die andere seite erkunden vielleicht gibt es doch ja noch irgendwas super cooles ehrlich da seid ihr und ihr versucht mich in die irren zu finden ja ja ich weiß schon dass ich hier schon mal war ich will hier nur mal schauen ob da noch irgendwo und heute sind auch welche da sind auch welche jetzt gehen wir mal immer rechts und zum teufel geht das hin nirgends sackgasse ok dann auch mal hier weiter ganz viele und wieder sackgasse keine ahnung wo ich bin also ich fände hier so eine steuerung wie dismantle zum beispiel wäre eigentlich ganz cool oder wäre dann ein bisschen angenehmer wenn ich was ich auch immer ein bisschen blöd finde ist wenn man rennen will und dann immer mit dieser shift hast du irgendwann kriegst ein krampf im kleinen finger oder ich weiß nicht wie andere das machen ich lege das mir dann immer gern woanders hin war ich schon mal hier ich scheine mich im kreis nee nee hier waren wir noch nicht hier ist frisch ich glaube die glühwürmchen sind ziemlich egal da hinten sind auch welche aber das ist ein bisschen doof dass wir da quasi durch die wand gucken können hierhin oder dorthin da waren wir vielleicht auch schon mal aber mit den glühwürmchen selber kann man gar nichts machen aber wenn wir immer an der rechten wand entlang gehen doch mal hier gibt es immer mehr wasser ja vielleicht ist es ja gerade und jetzt kann ich auch nicht mehr rennen ich stapfe durchs wasser und bin wohl langsam aber das ist wenigstens so ein kleiner ordentlich wieder sackgasse ich dachte das wäre jetzt wollte gerade sagen das wären so kleiner hinweis dass man schon da gewesen ist wenn man weiß aha wo es durchs wasser geht hier vielleicht mein die die kerle die sich hier auskennen das ist vorbei aber es sieht nicht nach einem ausweg aus aber ja und wir haben auch wieder eine map jetzt beziehungsweise absichtlich wahrscheinlich das fackeln an den wänden wo bin ich denn das blöde ist natürlich wenn jetzt die kollegen kommen und mich suchen dann bin ich ja weg dann bin ich aber anders kann man eigentlich das drehen der mini map verhindern ich glaube nicht ich guck mal spiel sprache untertitel tutorial pause wenn das spiel nicht ziel anzeige ach das ist der feil ton grafik steuerung nö eigentlich nicht nur das mag ich immer gar nicht wenn der dass es gibt ja leute die das brauchen linsen verzerrung ist dass das wenn man besoffen ist romatische aberration was ist denn das weiß das jemand was chromatische aberration ist und linsen verzerrung regentropfen auf der kamera finde ich cool ambientale oklusion also die ist die beiden sachen sagen jetzt nicht wirklich was wir können ja mal dass ich glaube das ist einfach dass es nach außen unscharf wird oder das was ich vorhin gedacht habe dass vielleicht der blumen ist zünde an ja 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 komm wir zünden mal an wir haben ja eine fackel dabei dann wissen wir auch dass wir schon da waren ich glaube jetzt sieht es auch ein bisschen schärfer aus na ja kommen wir machen hier den ganzen weg beleuchten wir ich speichern mal noch mal wir feichern oh ja ein bildchen beginnen ja eine neue position dann würde ich mal machen höhle wo das ist manchmal ein bisschen schwierig mit umlauten aber okay das scheint jetzt geklappt zu haben sehen wir dann beim laden da ist aber da so eine kleine nebenhöhle ob die sich freuen wenn wir hier alles anzünden vielleicht gar nicht aber dann sehen wir vielleicht falls wir kämpfen müssen verdammt da kommt einer wer seid ihr wem dient ihr du hättest nicht herkommen sollen hossit jetzt wirst du sterben oh gott das sind zwei oh und ich schmeiße natürlich die fackel weg klar ich kann ja gar nicht gut oh die fallen doch schnell um was soll ich sagen ich kann ja gar nicht gut kämpfen au 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 hau mal wenigstens den einen um jetzt treffe ich nicht mehr kann ich ich kann halt nicht ausweichen und gar nichts ich kann nur jetzt bin ich gleich tot oh da wäre ein heiltrank gelegen Ende des spiels du bist gestorben du kannst deine feinde nicht zu tode klicken sei vorsichtig und warte auf den richtigen moment ja das habe ich nämlich gerade versucht das war glaube ich ein bisschen mein problem dass ich einfach nur wild geklickt habe ich muss noch ein bisschen aufpassen welche schläge die machen kann ich eigentlich blocken warte mal ich mach mal ich nehme mal gleich mal meine waffe ah nee warte mal wir können eigentlich noch ah hier sieht man wo ich hinhau mit diesem strich da dann kann ich die fackel wieder nehmen ja wir machen hier nochmal licht kann man eigentlich irgendwie mit f5 auch speichern oh ja ein quick save vielleicht können wir die höhle noch ein bisschen mehr erleuchten da noch bevor es eben zum kampf geht jetzt geht's los verdammt der kann halt überhaupt nicht schnell laufen ich würde halt im kämpfen kämpfenderweise echt wäre ich gern mobiler und das ist halt hier so vergiss nicht die kamera zu drehen ja moment jetzt bin ich halt in Berlin in der Zange ich treffe den halt nicht oh ja den einen habe ich fast aber die haben mich auch mich fast also wenn ich mich bewege hauen die halt auch daneben jetzt habe ich den einen das ist schon das Gute die hauen zu und wenn ich hier nicht und wenn ich dann halt da gerade stand dann ja 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 also ich muss ich muss in Bewegung sein und dann selber hauen also okay jetzt hat die range nicht gereicht doch das geht schon also wenn man da so ein bisschen tänzelt ja 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 ich weiß so was haben wir da für eine Waffe na ich muss erst meine wegstecken stärke 20 okay wir haben 25 selten im Brief warte mal da hinten liegt der Trank wisst ihr an was mich das erinnert in Diablo 1 da war es doch auch immer so schummrig und dunkel und alles grau in grau und wenn da die Fläschchen rumlagen waren die auch mal so dunkel und das ist halt echt nicht gefunden nur wenn du mit der Maus drüber gegangen bist oder wenn du sie dir halt angezeigt hast und dann hatten die auch so einen Rand neuer Gegenstand roter Trank ähm ich glaube wir trinken den auch noch nicht ne vielleicht ein Brief lesen auf deinen Reisen stößt du vielleicht auf interessante Objekte Bücher, Schriftrollen und Briefe da du kein gewöhnlicher Bauer bist und das Glück hattest eine anständige Ausbildung zu bekommen kannst du sie lesen ich finde das schön ich finde auch diese Texte die Tutorial Texte schön gestaltet also es ist nicht einfach nur du kannst lesen klicke da und dann weißt du das sondern ja mit absoluten Ausnahmen sind sie optional und du kannst das Spiel auch ohne sie beenden also Flavor und Background wahrscheinlich Hintergrundwissen Lore Bücher die Bücher enthalten zusätzliche Informationen über die Welt in der das Spiel stattfindet die Geschichte ist mit der realen Geschichte verwoben du erfährst verschiedene interessante Fakten kannst du aber auch Beschreibungen von magischen Ritualen oder Rezepte für die Zaubertränke lesen aber dann muss ich sie doch lesen oder haben die dann trotzdem keine weiß man das Rezept einfach ohne dass man es liest oder ja keine Ahnung und eine schöne Schrift guck mal Briefe Mitteilungen und Briefe haben ihren eigenen Empfänger nun du kannst mehr über die Beweggründe der Charaktere erfahren aber auch geheime Informationen die du gar nicht erst in die Hände bekommen solltest diese können dir helfen weiterzukommen oder enthalten wertvolle Hinweise also Bücher sind optional und Briefe sollte man lesen verschlüsselte Nachrichten es kann sein dass jemand eine bestimmte Nachricht sehr gut geheim halten will hier kommen verschlüsselte Briefe und Geheimschriften ins Spiel im Abschnitt über Entschlüsselung erfährst du wie du an den Inhalt einer solchen Nachricht kommst okay das kommt wahrscheinlich dann wenn wir eben überhaupt sowas bekommen und ein seltsames Artefakt liegt hier auch herum ein seltsames Artefakt das sieht irgendwie aber heilig aus oder vergiss nicht die Kamera zu drehen ja ich stehe hier gerade und gucke Dinge an Nachricht für Gerhard Lies Gerhard ich gebe dir eine Chance zu zeigen was du kannst morgen wirst du Pater Herbert im Jannisdorf treffen er hat alles vorbereitet und seine Schafe werden ihm gehorsam folgen sowohl die Einheimischen als auch die Petersdorfer kommen zu seinen Predigten und er hat sie völlig unter seiner Kontrolle bringe alle in die Höhle und brenne das Dorf nieder war das der Pfarrer den die da aus dem Haus geholt haben und er hat tatsächlich das Dorf angezündet und die und die Dörfler sind jetzt alle hier in der Höhle die Hussiten sind in der Nähe also wird die Schuld auf sie fallen ah nein die wollten einfach okay wenn du zurückkommst reden wir über andere Aufgaben enttäusche mich nicht Hans von Tschirn okay also die wollten es so aussehen lassen als ob wir dieses Dorf angezündet hätten hm haben wir aber nicht wir sind ja überhaupt erst da hingekommen ja ich brauch das nicht also so ständige Hinweise brauche ich eigentlich nicht nachdem ich einmal ein Tutorial hatte so jetzt gucken wir mal liegt da noch mehr warte mal gibt es eine Taste vielleicht alt in der wir irgendwie ach ja Leertaste war das ne ja Leertaste konnten wir gucken was auswählbar ist ja also die Sachen sind alle schlechter und unsere Fackel liegt auch noch da das ist sehr schön dann nehmen wir die doch gleich mit ja naja ist dann speichern wir mal ja da zählt geht tatsächlich sehr schön hier ich meine warum kam jetzt der Hinweis dauernd dreh die ist hier noch irgendwo was verborgen ich glaube nicht wir waren ja vorhin ja da schon okay ne gucken mal ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin